Es ist egal, welche Farbe dein Haar hat, es ist egal, ob du groß bist oder klein, es ist egal, ob du Mädchen oder Junge bist oder ne Brille trägst, das ist ein Allein. Denn jeder Mensch hat die Nase mitten im Gesicht, hat zwei Beine zum Hüpfen und zum Gehen, hat zwei Arme, mit denen man sich umarmen kann und zwei Augen, mit denen kann man sehen. Es ist egal, welche Farbe deine Haut hat, es ist egal, wo du zu Hause bist, es ist egal, wenn du was nicht so schnell verstehst, es ist egal, welche Sprache du sprichst. Denn jeder Mensch hat die Nase mitten im Gesicht, hat zwei Beine zum Hüpfen und zum Gehen, hat zwei Arme, mit denen man sich umarmen kann und zwei Augen, mit denen kann man sehen. Denn die Hauptsache ist, dass du dich magst, so wie du bist, was andere denken, ist egal. Denn niemand auf der Welt ist genau wie du, du bist einzigartig, ist das nicht wunderbar, wunderbar. Denn jeder Mensch hat die Nase mitten im Gesicht, hat zwei Beine zum Hüpfen und zum Gehen, hat zwei Arme, mit denen man sich umarmen kann, und zwei Augen, mit denen kann man sehen. Denn jeder Mensch hat die Nase mitten im Gesicht, hat zwei Beine zum Hüpfen und zum Gehen, hat zwei Arme, mit denen man sich umarmen kann, und zwei Augen, mit denen kann man sehen. bei der Ahnung. Vielen Dank.